Ich grüße euch herzlich im Namen von Jesus Christus. Im Johannes Evangelium, Kapitel 11, Verse 40 steht geschrieben, Jesus sagt zu Martha, die Schwester von Lazarus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Bibel sagt uns, Lazarus war vier Tage schon im Grabe verstorben, aber Jesus Christus ist das Leben. Und das sagt er zu der Schwester von Lazarus, Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich will dich ermutigen zu glauben an Jesus Christus und deine Nöte und deine Schwierigkeiten und deine Stürme, Jesus Christus anzuvertrauen. Denn Jesus Christus sagte vor dem Grab, Lazarus, nehmt den Stein weg. Und als er den Stein, als sie den Stein wegnahmen, schrie Jesus Christus mit Autorität, weil Jesus Christus das Leben ist, Lazarus, komm raus. Und der Mann, der vier Tage verstorben war, kam aus dem Grab lebendig wie nie zuvor. Und das ist die Power und Kraft von Jesus Christus. Also ganz einfach, glaube an Jesus Christus, vertraue dich an Jesus an und du wirst die Herrlichkeit, die Kraft von Jesus in deinem Leben spüren. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Amen.